hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel farm will 3 viel spaß so das sind wir auch schon melden und mit facebook anmelden vielleicht habe ich das schon gespielt ich glaube es war nicht das kommt mir nicht so bekannt vor aber vielleicht später so was müssen wir jetzt machen tippen fortfahren tippen fortfahren tippen 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 und da ist ein brunnen wahrscheinlich das ist unser haupthaus weißes klassisches haus was oder das da kann man die fenster gar nicht aufbauen naja vielleicht doch ich bleib bei den haus oh das sieht aus wie eine hühnerfarbe oder hühnerstall san blumen sandblumen und Das war's für heute. voll gut rein hier. So. Okay. Ist das ein weiblicher weibliches weiblicher Hahn? Okay. Sieht zumindest ein bisschen weiblich aus. Aber die Männlichen haben noch nur so einen Kamm. Ist ja nicht in der Wirklichkeit. Oder es ist ein Mann, aber ist transvestiert geworden. Oh. Das ist hier noch steil. Und da können sogar Eier legen. Na gut. Ich sag lieber gar nichts. Einfach nur spielen. Was kommt da? Eine Katze? Oder Hund? Noch ein Hund. Oh. Lass mich schnell weg. Ein Küken. Stufe 3. Abholen. Ich krieg jetzt eine Kuh. Oh. 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 Mhm. A soft touch here. Ich bin hier erreicht, sehe ich gerade. Und noch mit mir. Hm, 36. Ich bin hier wie auf der Archinoa. Jetzt habe ich einen Mann gewonnen. Oh. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Holz. Firmante. Milch. Die noch gut ist. Die Milch. Ah ja. Stefan. Reddog. Gratis. Ich habe den Händler gefunden. Juhu. Gratis. Okay. Okay. Ich würde eigentlich hier alles schön wegmachen. Da. Ja. 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 Na. Na. was bekomme ich denn jetzt jetzt hat sicherlich milchkuhl und neues haus Und dann muss ich da ja gleich erstmal was machen. Passt schon. Okay, okay, okay. Oh, eine Bombschine. Ein Arzt. Nicht schlecht. Okay, okay. Okay, okay. 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 Aber das. Hier ist ein Pokal, abholen. Okay, danke schön. Die Blumen sind schon wieder fertig. Ich brauchte 60 Stück war das. 30. Ich brauch nochmal zwei Felder dran. Eins. Und zwei. Okay. 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 Und hier noch kein Haus, die, der, das, es, ich weiß es nicht. Oh, ich krieg ein Tier. Und noch ein Arm. Und ein Zaun. Hm, nice. So Leute, jetzt brauch ich einfach hier so allem. Oh, so kann ich ja das jetzt. Oh, so kann ich ja das jetzt. Oh, so kann ich ja das jetzt nicht machen. Und ab nächstes weg. Los, der Hühner, lauft hier rein. Verschwindet in einer Stunde. Hm, dann wird der wohl verschwindet. Ich muss gleich aufhören. Ich muss mich einfach anziehen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 hallo ich dachte, du musst das hier noch freikaufen, ok? ja Super euch da, euch da, euch da Junge, Junge, Junge. Heißt die Maria? Hm. Aber ich heiße doch Stefan Red. Okay. Und Weg. Und. Blumen. Okay. Oh. Oh. Muss ich da noch schnell irgendwie einen Weg bauen. Oh. 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 Hülz, 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 Hülz. Nein, ich möchte den Baum haben. Schau mal hier nach. Ach, mein Hund. Hm. Bauch. So. 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 Ach, Gott. Oh, okay. Oh, ne Pekka. So. Das war's für heute. Gleich habe ich es fertig. Okay. Andrücke? Nein. Okay, hier ist ein Hahn wieder. Okay, gut. Ich würde mal sagen, das war es. Erstmal für heute. Hier wird noch eine schöne Kuh. Na ja, was soll's. Bauen kann ich nichts mehr. Oh, hier kaufen Häuser. Futtermaschine. Ah, ich nehme den Hund. So. Gut. Dann haben wir alles. Denk ich mal. Was damit? Boah. Das kostet 10 Energie. Wir verbreiten mal schnell die Energie. Die muss weg. Das kostet 10 Energie mehr. Das kostet 11. Ich nehme dir, wie du bist. fucking. Ich nehme dir nicht mehr. Oh nein. so energie weg bis auf zwei energie mit zwei energie kriege ich glaube ich nichts mehr weg und deswegen sag ich mal das war's für heute ich will mein ticket ab und so kann man sich abbrechen dann einfach schließen gut dann sag ich mal dankeschön für so schon ich würde mich freuen wenn du nächsten mal seit bis dahin viel spaß und auf wiedersehen